so hey leutchen und damit herzlich willkommen zurück mein name ist kochi wir spielen state of decay 2 und befinden uns hier erst noch ein bisschen durch den wind deswegen das war die falsche taste ich schlug gerade auf m nehme ich mir meinen anderen und ich entscheide mich für ihn hier denn den hatte ich noch gar nicht so okay ich kann laufen wieso springt er runter verwirrtes menschenkind okay wir gucken kurz was wir denn alles so in unser inventar haben und ich spiele das ganze jetzt mal auf dem pc war hier auf der xbox stürzt es immer wieder ab deswegen klappt das nicht so richtig deswegen zurück das ganze gerne mal auf dem pc oder versucht das ganze gerne auf dem pc zu spielen um zu gucken ob es da besser läuft habe ich keine fernpistole okay dann sollten wir ja nicht so weit gehen und ich gucke jetzt wo wir gucken jetzt mal zu den alkohol leuten so da ist ein zombie ich weiß gar nicht wie ich mich bücke in die b ist es nicht auch v ist es nicht er würde sagen 10 ob jetzt aber ziemlich viel los ist aber echt viel los wo kommen die alle her was wollen die alle hier ok jetzt im ernsthaft wo kommt die alle her da kenne ich die tasten deswegen sieht es manchmal ein bisschen komisch aus was ich so mache aber gut wir finden das schon und gucken weiter so super erledigt so ein mist auf c war ich mir aus gut zu wissen da ist doch das was drin aber nichts was wir brauchen kann ich umgucken ja das geht wir haben einmal benzin habe ich es genommen ich glaube schon da liegt ein toter zombie wobei die ja eigentlich alle tot sind okay ich habe ein guter feeling über dieses so in die gesicht oh da macht er was ganz gut nicht gedacht dass der so gut da drüber kommt ehrlich weil wir das sieht ja total bescheiden aus da steht einfach so rüber das ging auch ganz gut von der hand okay augen kopf kürzer das geht auch wir brauchen unbedingt medikamente ich überlege immer noch das spiel noch mal komplett neu anzufangen und das ganze noch mal zu versuchen und die fehler die ich da gemacht habe oder schon gemacht habe noch als leute sein zu lassen ist da wieder benzin drin hier ist noch irgendein zombie noch zwei oh 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 na komm her die sind aber auch echt schnell ne die kleinen kätels na komm okay geschafft schön kann für uns beansprucht werden wir gucken aber hierhin hier sollte irgendwas sein dachte ich zumindest ich sehe einen screamer nicht weit oh da ist viel drin das müssen wir irgendwann nochmal weg kriegen hört sich nicht gut an achso wir haben baumaterial gefunden achso wir haben baumaterial gefunden ich schaff das erstmal weg ist das das? wir waren doch schon mal drinnen aber da ist wieder total viel los weiß gar nicht warum da waren wir schon mal drinnen und hat eigentlich nichts gebracht ja den haben wir es gegeben aber dann auch noch ich habe leider nichts um sie zu heilen und dummerweise brauchen wir immer noch auch schön Ich bin gespannt, wenn wir die brauchen oder wenn wir die nutzen können. So, wir brauchen immer noch Medikamente und ich weiß nicht ganz, wo die sind. Wir kommen glücklicherweise, also können erstmal keinen heilen. Aber glücklicherweise kommen noch zwei Tage, sodass wir da noch ein bisschen Zeit haben. Ich war gerade eben hier und jetzt sind schon wieder so viele Zombies da. Macht mich immer ein bisschen weich. Habe ich nicht mehr irgendwie ein Mausrad, irgend sowas? Um irgendwas zu markieren? Komisch. Oh Gott, da komme ich nie hin. Deswegen spiele ich manchmal auch lieber mit Controller, weil das nicht so, ja, ist ein bisschen besser für mich. Komm ich besser hin. Die Taste wird unerreichbar sein. Da sind ganz viele drin. Ich weiß nicht. Oh Gott, wir haben einen Screamer. Wow, was für dramatische Musik. Das sind sechs Stück. Ich bin alleine. Ich hoffe, dass ich irgendwie einmal rauslocken kann. Um ihn so zu eliminieren und das Ganze mal... Guck, guck. Ach, das sind auch wieder sechs Stück. Nee. Wird nix. Okay. Ich glaube, der hat mich gesehen. Oh. Umständlich. Ich werde scheitern. Nein, ich komme auf B. Ich komme auf C. Nicht auf C. Das ist total lustig. Er wird schwer. Ich kann nicht mehr nehmen. Wir halten fest, er hat mich im Glück nicht so viel, aber gut. So ein Mist. Okay, jetzt schnell zurück. Und wir halten fest, ich spiele das Spiel nicht mit Maus und Tastatur, weil es gelingt mir echt grob. Ich bin fast aus dem Weg. Wow. Das war sehr, 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 sehr knapp. Zu knapp. Wir haben jetzt das große Projekt, herzlich willkommen, alle. Hallo. Ein Wort für eine Kür? Wow. Schön. den lasse ich auch mal ausruhen zum glück hat er sich nicht mehr angetan mehr zum glück ist ihm nicht mehr passiert aber das ist natürlich schon haben wir mal schwein gehabt jetzt haben noch zwei die wir verwenden können die brauchen meine neue mitbewohner wobei es ihnen auch nicht mehr so gut geht oder ist der krank ich habe heute das magazin zu mich ran nie ich glaube ich doch mal komplett von vorne an weil das bringt nicht mehr viel ich mache jetzt weiter mit tasten vor und raus und mal gucken was hier passiert schön einfach eins draufgegeben und weg war so habe ich das gern genau jetzt du fragen mich vorher die immer wieder kommen hier sind keine neuen und andauernd kommt hier irgendein neuer feind oder waren das die ganzen ich glaube schon schön äh ja ach nein draußen war es stimmt das auto ok wir können damit ein fahrzeug reparieren lebensmittel wie kann ich das hier einsetzen gut hier draußen waren wir gerade eben schon mal und wir gucken mal weiter ob wir irgendwas finden was wir noch brauchen können nutzen können essen und medikamente sind sehr gern ich hoffe es kommt keiner auch über die zombies ich habe ein bisschen angst ja wir haben acht schrauben gefunden die können wir ganz bestimmt wunderbar gebrauchen die davon haben wir nicht genug die wären total sinnlos gewesen wir brauchen essen mal gucken jetzt noch irgendwo eins irgendwo ist sie noch eins da waren wir gerade drin da war das essen für die ausdauer aber irgendwo gibt es noch was was wir was ich übersehen habe ist die ich doch da rein wenn ich weiß ich weiß nicht war Ach, hier draußen ist das noch. Oh, das hört sich viel an. Hier sind acht Zombies. Wir haben acht Schuss, also quasi jeder Schuss ein Treffer. Ich schieße jetzt aber nicht, da ich gerade ein bisschen was zu tun habe und ein bisschen was auf dem Rücken habe, bringe ich das erstmal zurück und versuchen das dann nochmal erneut. Aber ich würde sagen, wir können noch ein bisschen lang mit der hier weiterspielen oder mit der Gemeinschaft weiterspielen, bis es mal komplett richtig den Bach runtergeht. Und wir da noch ein bisschen daraus lernen können, was wir alles so falsch gemacht haben und das dann nächstes Mal besser machen. Essen? Ich habe hier doch Essen angebaut. Ja, der ist bescheiden. Alles sehr niedrig. Was haben wir denn von Munition? Was kommt denn da für welche rein? Die? Hast du die? Mal schauen. Ne, immer noch acht. Die? Das ist die gleiche. Ich glaube, es ist die gleiche. Und hier? Das ist dumm. Das ist, glaube ich... Okay, wir brauchen Essen, wir brauchen Lebensmittel. Das ist gleiche wie Essen. Wir brauchen Lebensmittel und wir brauchen natürlich selbstverständlich auch... Medikamente. Und beides freut mich ganz gut. Gebrauchung schadet. Ich weiß nicht, wie weit wir gekommen wären oder wie weit wir sein würden, wenn ich die Dinger nicht aufgemacht hätte und die komplett mal richtig weggepackt hätte. Ich versuche das jetzt nochmal hier in Gun Drop irgendwie reinzukommen. Wollen zu kommen. Das sind sehr viele Zombies, acht Stück. Wir haben acht Schuss. Ich weiß nicht. Zoom-technisch. Das ist ein bisschen so, wo ich sage, da... Oh Gott, der Sven. Ihr seht, wie ich hab... Komm rein weg, du Idiot. Wir haben letztendlich einen guten Handel auf den Infestationen. Wow. Wo kommt das hier? Hast gar nicht mehr Schuss? Noch einen Schuss haben wir. Das war sehr gut. Nichts gefunden. Also Munition ist echt nicht... Pistolen. Sollten wir echt mal dabei haben. Nein, auch nicht bei dir. Ich würde ja vielleicht noch gerne mal einen zweiten Handel anbringen, aber... Bis jetzt haben wir noch nicht so viel. Krass, wie dunkel das auf einmal ist. Zum Glück ist das alles schön beleuchtet. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich das Licht ermahre. Äh? Äh? Ich kann nicht mehr arbeiten. Ne, mach das Ganze schön langsam. hier mal ein bisschen licht rein okay das war echt nur schön alles haben wir alles irgendwie gefunden das hat sich gelohnt dann können wir auch die mitnehmen oh das hat sich gelohnt das war sehr gut was war hier eigentlich gerade keine ahnung das war sehr gut munition habe ich elf stück das passt das ist auch sehr schön kann man kurz wieder nachladen sehr gut bring ich mir alles schnell weg und freue mich riesig muss unbedingt dran denken autos und das zu gucken da ist auch jede menge drin rucksack waffen das war gut schade dass das keine sachen laden war oder krankenhaus denn das hat mir auch gut gebrauchen können ja ich komme gleich gary jetzt stehe wieder da oh du kannst das alles im augen behalten guck doch mal nach oben links in der ecke ich sag ich weiß ich habe das alles schon fünfmal gesehen nein kugeln kopf würde helfen habe ich auch schon überlegt das zu machen könnte mir glauben schön zehn kronen haben wir da das ist sehr gut hier haben wir auch einiges gesammelt sehr schön das hat sich mal alles tierisch gelohnt würde sagen mit diesem kleinen wunderbaren erfolg freue ich mich riesig der sucht doch wieder geht auch raus wo kommen die alle her ich war gerade vor drei minuten hier da war keiner da ach die sind da oben wird es eigentlich noch größer man weiß es nicht es gibt noch sehr viel noch sehr viel zu gucken ja habe ich alles durch so hier müssten wir noch mal medikamenten holen aber das machen wir das nächste mal im moment bedanke ich mich erstmal für euer zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen es würde mich sehr freuen wenn ihr das nächste mal dabei seid gerne dürft ihr was ist eigentlich das was machen wir dagegen was war das andere ok was hat er hier ich guck mal kurz was ich denn brauch um die aufwerten zu können hier ich stand davor heute 16 minuten wird es dauern machen wir natürlich ok wir gucken das nächste mal wie das hier aussieht und eigentlich sollten wir doch nahrung produzieren warum klappt das denn nicht so also an dieser stelle machen wir erstmal schluss wir gucken uns das nächste mal an wie es weiter geht und versuchen nochmal in das krankenhaus rein zu kommen um medikamente zu beschaffen so sie freuen sich so sie freuen sich aber das sind pflanzen die können auch ohne strom wachsen na gut das dauert noch ein weichen gucken wir uns das nächste mal an in diesem sinne ich bedanke mich erstmal für euer zuschauen hoffe das ganze hat euch gefallen dürft ihr gerne zeigen indem ihr es kommentiert abonniert und ganz viele däumchen hinterlegt in diesem sinne vielen dank bis zum nächsten mal euer kochi bye